Es geht von der Skyline zum Bordstein zurück, siehst du unsere Welt, wie sie niemals schlicht. Zitter nicht! Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Wer von den Kollegen ist denn mein Freund? Sascha ist ja kein Streamer. Versteht ihr, was ich meine? Ich rede von einem Streamer. Sascha ist kein Streamer. Der macht auf Streamer. Der ist aber keiner. Sascha ist YouTube-Videos schneiden. Ja, wir hören nicht, wir hören nicht, wir hören nicht. Ich habe gerade nur eine Million auf Twitch geknackt. Du bist dabei? Verdient. Hier ist noch eine Strecke. Gut, habe ich mir schon gedacht. Ja, ihr fühlt es anders. Wie tragt man? F glaube ich drücken, wenn du da bist. Oder E. F oder E. F oder E. Das war ja ein tolles F, Decker. Da stand F heilen und F tragen, Decker. E. Maid bei uns. Ich bin stuck. Ich sag dir, so wie es ist, Maid. Ich bin stuck. Ich hab Splashies, komm her, komm her, warte, warte. Wohin, Digga, wohin, Digga? 8.02.1997 ist der Geburtstag meiner Fettheit. Obwohl ich nicht fett aus meiner Mutter rausgekommen bin. Ich glaub, ich hatte Normalgewicht, ich glaub, ich hab 8 Kilo oder so gewogen. Ist doch normal, oder? So 8, 9 Kilo wiegt man als Baby. Welcome to my house, Baby, take control now. Knossi im Mario Kart-Turnier. Willi steht hier. Willi steht hier. So, jetzt nochmal Fittin, Painstein. Ich bin wieder der Dicke in der Schule, den keiner will beim Sport. Über Fußball spielen. Team Pain wird gezogen jetzt. Ey, das ist ja Knossi, doch. Knossi. Knossi. War ja klar. Wieder als letzter gewesen. Ey, ist perfekt. Sommergewitter in mein Blog. Hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach. Meine Gegend, meine Stadt. Hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Ich bin Fan, Alter. Pakishami, oder wie heißt der? Sommergewitter in mein Blog. Hör den Regen ganze Nacht. Außen fahren, Jungs. Aus fahren. Witter fahren. Auf fahren. Auf fahren. Wie heißt der Regen? Ich bin dumm, ich bin geistig. Ich bin auf der 2. Flossi, auf der 2. Auf dir. Halt die Banane, weil ich dumm bin! Oh, was ist da los? Ich wollte mich nochmal für das Geld bedanken. Vielen lieben Dank. Ich bin echt immer noch von den Socken. Meine Güte. Ja. Schönen Abend. Ich wollte nochmal was sagen. Ja. Ich habe ja meinen eigenen YouTube-Kanal. Ja. Mit einem Abonnenten. Wir können ja privat nochmal spielen. Ja, das muss man... Ich glaube, das geht auch nicht. Ich mache immer neue. Alles klar. Alles klar. Aber wir können ja mal zum Plausern mal ein bisschen. Ja, oder so. Genau. Cool, das ist cool. Das geht ja auch. Hau rein, Mann. Ciao. Hey, wo nimmst du? Was ist denn? Cam Cuddles. Hä? Ich bin Lockjam. Ich dachte immer, das heißt so. Oh nein. Ich schock mit deinem Kranekern. Dann landest du irgendwo in Asche weg. Am Anfang dachte ich, die Kranekern wie Reben. Wiese das denn? Das ist überhaupt nicht. Die Revi? Ja. Der hat voll die Mädchenstimme. What the fuck? Ich finde, Revi sieht überhaupt nicht süß aus. Den könnte ich einfach nur in die Frosse schlagen. Sag ganz ehrlich, bombastisch. Ich sehe aus wie Honeymoon. Be the love generation. Be the love generation. Heute Mama möchte ich zum McDonalds. Ich meine, ist natürlich schon auch lustig, ne? Sieht jetzt nicht so schlecht aus hier links. Nicht so schlecht eigentlich, wa? Besser als in echt. Be the love generation. Heute Mama möchte ich zum McDonalds. Big tasty bacon essen. Komm bitte Mama. Sonst mache ich hier Theater im Einkaufsladen. Nein, benimm den. Ich will big tasty bacon. Bruder, ich sehe aus wie Ello-Dreck, Alter. Ich sehe aus wie Ello-Dreck. Ja, 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 ja. Oh, 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 krass. Egal. Ich glaube, dafür kommen wir auch in die Hölle, glaube ich, Alter. Ey, ich schwöre es euch. War der erste, an den ich gedacht habe. Ich finde Ello-Chicks einfach süß. Also ich finde den einfach so richtig, ich könnte den, der ist süß. Ich finde, der hat so ein süßes Gesicht. Ich mag das, ich mag Ello-Chicks. Das wird nämlich ganz schwer, dich hier auszurasten. Das wird nicht ganz schwer, dich hier auszurasten. Egal, alles, gar kein Problem. Guck mal, ich mach das doch so mit denen einströmen. Watch. Okay. Box-Chat. Box. Digga, ich dachte, das geht automatisch. Hä? Nehmen Sie den Mann mit, ja? Machen wir, machen wir, machen wir. Alles gut. Ach, du Scheiße. Okay, Alter. Mir geht's super, alles gut. Ich sag mal noch so, kackendreist, passen Sie auf. Ellbogen lecken? Okay, Digga, das primen wir jetzt, Bruder. Ich bin zuversichtlich. Der Bruder ist auch ein bisschen ungünstig. Na klar, ich stehe jetzt nicht beim Schwulen auf jeden Fall. Oh, Digga. Habt ihr es gehört, Alter? Bei mir direkt alles durchgebrochen, Mann. Kann das jemand von euch noch? Schneidersitz. So und so. Schneid. Und dann. Und dann kann man sogar. Ich bewege. Das habe ich früher immer mit meiner Oma geübt. Und Kopf hinterm Fuß. 100%. Also, früher zumindest, als ich glaube, jung war. Boah. Ach. Das war hinterm Fuß. Ja, hinterm Fuß. Also, ganz ehrlich. Wenn ihr einen schlechten Tag habt, dann habt ihr doch einfach einen guten Alter. Alle Probleme gelöst. Ich schwöre euch. Wir spielen mit Trimax, Mann. Ich glaube auch. Nein, ey. Ich schwöre auf meine ganze Mutter. Ehrlich jetzt. Warte, nein. Komm, da geht doch zwisch. Test. Halt die f***te Trimax. Bei wem ist hier die starke Rückkopplung? Halt die f***te Trimax. Wie geht es deiner Schwester? Hab keine. Ich sage, warte mal. Was ist, wenn eure Eltern das hier sehen, was ihr hier macht? Seid ihr immer so t***te Träume in den Lobbys? Glaubst du, dass ich das mache oder nicht? Dass ich da jetzt hinfahre und in diesem Studio im Fernsehen zu sehen bin. Sensationell. Schauen Sie sich das mal an. In dieses Fernsehstudio einzudringen. S*** egal, ich hab Bock heute. Ich hab heute Bock. Ich schmink dich jetzt wirklich und ich bin noch ein Mittäter. Hallo, grüß dich. Ich hab gleich hier um 22 Uhr Textile Traumwelt. 1, 2, 3, TV. Dankeschön. Ciao. Ich lass ihn rein. Ich bin einfach drin. Wir sind einfach drin. Ich lass ihn rein. Okay, wir sind gefickt. Alter. Nicht euer Ernst alles hier, oder? Was machst du hier auf dem Gelände? Ich hab mich verfahren, Alter. Das ist ein Hochsicherheitstrakt, weißt du, ne? Hab ich gemerkt, dass der mir an der Pforte sagt, jo, ich lass ihn rein. Ich bin einfach drin, Alter. Mach Screenshot, Chef. Ushala. Guten Abend. Herzlich willkommen bei 1, 2, 3. Traumwelt. Sensationell. Schauen Sie sich das mal an. Chemiele Badeteppen. Unglaublich weich. Und ich sag Ihnen, worauf es bei diesem Badvollecker ankommt. 8,38 Euro Stück. Und Kicken. Nämlich alles ist ein dichter Nebelgerübel. Geil. Sehr nice. Ich danke Cheerios. Ich danke für's. Ich danke Davis. Ich danke Panel.